Frau Staudt. Einen welche Neuigkeiten? Ja. Sie kennen sich aber aus mit dem Ding. Mehr als will ich wissen. Stimmt, Ihr Mann. Stand groß in der Zeitung. Mein Beileid. Zuletzt was? Erlösung für ihn. Mein Riegel. Bitte was? Zuckerfrei. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Double Cheesecake Caramel. Ich ihn auch nicht. Soll man ja nicht, ne? Was Süßes zum Trösten. Aber manchmal weiß ich einfach nicht mehr, was ich... Wein ist schon mal ein Anfang. Dankeschön. Seit gestern früh sich jemand nach dem Zustand ihrer Tochter erkundigt. ein gewisser Jens Reidel. Sagt Ihnen das was? Das ist mein Bruder. Würden Sie mir einen Gefallen tun und... die Nummer mit der auf Ihrem Handy abgleichen? Nur so zur Sicherheit? Ja. Klar. Merkwürdig. Maximilian Steinbach. Das ist Milias Ex-Freund. Wollen Sie? Hier. Anwalt bei Steinbach und Partner. Sehr ehrgeizig. Und anhänglich hat Nele den roten Teppich ausgerollt. Aber das war sein Fehler. Und Sie haben ihn darüber informiert, was passiert ist? Ich? Nein, wieso? Der hat gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und woher wusste er dann, dass Nele hier liegt? Keine 40 Minuten nachdem sie eingeliefert wurde? Und wir sehen uns bei dem, was passiert hier. Und wir sehen uns bei der Welt. Und wir sehen uns bei der Welt. Und wir sehen uns bei der Welt.